Mein Name ist Marco Tramm, ich bin Vertriebsleiter für den Bereich Key Account & Partners und für dieses Team sind wir auf der Suche nach Verstärkungen. Wir suchen einen Key Account Manager für unser Handelsnetzwerk und Distributoren-Netzwerk. Wenn du also Erfahrungen hast in einem zweistufigen Vertriebsleiter, wenn du Spaß hast an großen Herausforderungen, an Aufgaben mit viel Gestaltungsspielraum und Möglichkeiten wirklich Dinge anzugehen und Dinge umzusetzen, dann bist du bei uns genau richtig. Und wenn zeitgleich dich dann noch die Sicherheit, aber auch die Flexibilität von einem familiengeführten Industrieunternehmen mit einer langen Geschichte anspricht und du Spaß daran hast und Freude daran hast, so ein Unternehmen auf dem Weg ins digitale Zeitalter zu begleiten, dann freuen wir uns über deine Bewerbung und freuen uns, dich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.